So, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen beim Live-Trading-TV von JFD Brokers. Heute habe ich die Rundschau und Umschau mitgebracht. Alle wichtigen Indizes, Basiswerte, wurden ja die letzten Wochen gecheckt und fast überall wird auf ein Rücklaufszenario gesetzt, um bei den Einstiegen ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Überall sind die Pfeile noch nach oben gerichtet. Fangen wir beim DAX an. Er hätte gestern noch ein Stück tiefer bzw. heute früh noch ein Stück tiefer fallen sollen. Jetzt sind wir hier im 4-Stunden-Chart unterwegs und man sieht, er hat genau am EMA10 bzw. der Oberkante des Rainbows gedreht erst einmal. Ob jetzt hier, solange noch kein neues Hoch folgt, könnte noch ein zweites Standbein, eine zweite Korrekturbewegung stattfinden. Aktuell sehe ich jetzt hier kein besonderes gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Bevor er jetzt hier nicht das Hoch vielleicht rausgenommen hat und dann den Stopp sehr eng nachsetzt. Hier würde ich weiter noch beobachten und auf einen tieferen Einstieg setzen. Nasdaq, da hat ja gestern Apple Zahlen gemeldet. Gewinn von 11 Milliarden erwirtschaftet pro Quartal. Hier könnte jetzt womöglich das Ziel jetzt direkt angelaufen werden oder eben auch hier gibt es auch immer noch die Alternative. Ohne ein richtig neues Hoch wäre der auf Bereich schöner und harmonischer. Im Dow Jones Index hat er hier im 4-Stunden-Chart eben auch nur die Oberkante des Rainbows touchiert und will höchstwahrscheinlich nach oben laufen, so wie es hier im Moment aussieht. Im Gold und Gold, da lief das Setup länger, schon länger das Rücklaufszenario und hier passt im Moment alles. Er ist nicht unter die Marke von 1153 runtergefallen. Und hier könnte jetzt wirklich der Goldpreis weiter kräftig anziehen. Also dieses Setup ist einer der interessantesten im Moment. Der Silberpreis hat eben nicht groß weiter nach unten korrigiert. Und hier sieht es, hier könnte, Bullish ist es auf jeden Fall, ist ja über dem Rainbow. Und hier könnte er auch demnächst ein neues Verlaufshoch folgen. Bei Palladium hat er hier bei der ersten, also die Analyse lief auch schon länger, der Bereich ist schon länger bekannt. Hier sollte es auch Richtung 6.665 laufen. Hat es hier wegen 3 Dollar, 3, 4 Dollar nicht geschafft. Und höchstwahrscheinlich, aber solange der Abwärtstrend nicht gebrochen wird, ist das Rücklaufziel immer noch, steht immer noch im Raum. Doch sobald der Kurs über den EMA 200 und über die Abwärtstrendlinie hinausläuft, wird sich dieser Korrekturbereich, hat sich dann dadurch erledigt. Im Baidu war ja noch ein Chart, der hat sich jetzt auch nur ganz leicht hier an dem Tag korrigiert. Und das Kursziel mit dem EMA 200 steht hier weiter im Raum. WTI Öl hätte noch, ich habe da einen Kursziel eben von den 42 im Prinzip ausgemacht, gestern noch im Video geworden sind es dann eben nur 42.60. Hier ist natürlich der Abwärtstrend intakt. Man könnte hier den Stopp an dieser Abwärtstrend, wenn wer short ist, an den Abwärtstrend legen. Brennt habe ich hier mitgebracht noch. Da war das ja so, dass es hier lange gehalten hat. Das könnte man jetzt hier schon als kleinen Fehlausbruch interpretieren. und steht aktuell jetzt an der ehemaligen Unterstützungsbereich, was als Widerstand jetzt natürlich fungiert. Also hier sehe ich jetzt kein großes Potenzial erst mal mehr nach unten. So, was haben wir noch? Haben wir noch die zwei schönen Indexe, die asiatischen Indexe dabei. Da ist der Nikkei. Ob jetzt hier mir den Gefallen tut, Richtung 18.500, 18.400 zu fallen. Ja, stellt sich halt die Frage, ob er mir den Gefallen macht. Also hier wäre wirklich ein schöner Einstieg möglich, um an dem Aufwärtstrend hier weiter zu partizipieren. Mit dem Hang Seng Index möchte ich dann das hier abschließen. Hier ist es eben auch ein wunderschöner Einstieg an der Unterkante des Rainbows möglich. Sollte sich dann hier gleich sofort eine Umkehrkürze ausbilden, wäre es möglich, den Stopp direkt dann hier hochzusetzen. Aber zunächst ist ein Stopp weiter unten ratsam, weil es natürlich nicht sicher ist, dass hier der Index dreht. So, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen einen schönen Handelstag.